Herzlich Willkommen bei der Werner Gehrig Nutzfahrzeug AG. Mit einem Telefonanruf, und zwar um unseren Pannenhilfedienst zu bestellen, nehmen viele unserer Kunden zum ersten Mal mit uns Kontakt auf. Daraus hat sich schon so manche langjährige Partnerschaft entwickelt. Jederzeit für unsere Kunden bereit sein, das ist unsere Philosophie seit der Firmengründung 1971. Als Generalunternehmer für Nutzfahrzeuge betreuen wir unsere Kunden in allen Bereichen. Neben unseren Markenvertretungen von DAF, Iveco, Isuzu, Piaggio, reparieren wir auch alle Fremdmarken. Als Carrier-Service-Stelle reparieren, unterhalten und montieren wir Fahrzeugkühl- und Klimaanlagen sämtlicher Marken. Ihre Hebebühne ist bei uns in den besten Händen. Dafür garantieren wir als Mammut- und Dautail-Hebebühnen-Service-Stelle. In der eigenen Schlosserei fertigen wir Fahrzeuge und Aufbauten nach Maß. Unfallreparaturen, aber auch Neufahrzeuge werden in unserer Malerei lackiert. Damit Sie auch in Zukunft sorglos unterwegs sein können, setzen wir die modernsten Prüfmittel ein. Dank einer laufenden Schulung und Weiterbildung sind unsere Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der Technik. Wenn eine Reparatur einmal etwas länger dauern sollte, helfen wir Ihnen mit einem Fahrzeug aus unserer großen Ersatzfahrzeugflotte aus. Die Ersatzteillogistik ist die zentrale Drehscheibe. Das sehr umfangreiche Ersatzteillager wird mittels modernster EDV-Hilfsmittel geführt. Sollte etwas einmal nicht sofort verfügbar sein, wird es umgehend organisiert. Unsere Tankwagenabteilung ist vom Eidgenössischen Gefahrgutinspektorat offiziell zugelassener STR-Spezial- und Instandsetzungsbetrieb. Fachleute mit jahrzehntelanger Erfahrung kümmern sich um Ihr Tankfahrzeug. Unser Angebot umfasst Neufahrzeuge, Umbauten von bestehenden Tanks, amtliche EGI-Prüfungen und Eichungen der Zähleranlagen. Das umfangreiche Ersatzteillager sowie Ersatzfahrzeuge und Anhänger stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Durch eine persönliche und genaue Bedürfnisabklärung stellt unsere Verkaufsabteilung das Produkt zusammen, das auf Sie und Ihre Anforderungen maßgeschneidert ist. Dank langjähriger Erfahrung unserer Mitarbeiter sind Ihre Wünsche keine Fremdworte. Die Krönung Ihres Auftrages ist die persönliche Fahrzeugablieferung. Entstanden aus einem Geschenk ist das Oldtimer-Museum bis heute auf eine beachtliche Größe angewachsen. Aus diesem Hobby entstehen auch regelmäßig Kundenaufträge. Aufbereitungen von alten Fahrzeugen bis zur Komplettrevision von Oldtimern sind eine Herausforderung für uns, der wir uns immer wieder gerne stellen. 40 Jahre Erfahrung. Ein Versprechen an die Zukunft. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr GERIG-Nutzfahrzeuge-Team